Haben Sie auch schon über die wundersamen Eigenschaften des Apfelessigs gehört? Wenn ja, dann sind sie hier richtig, wenn nein, dann sind sie trotzdem richtig, denn wir werden noch ein bisschen hier in dem Video eingehen, was Apfelessig so alles mit unserer Gesundheit Gutes anstellen kann. Apfelessig gehört zu den einfachsten und billigsten Methoden, wie man die Gesundheit verbessern kann. Es hilft natürlich nicht für alle Erkrankungen, aber doch für eine Reihe von Erkrankungen funktioniert es richtig gut. Und in diesem Video werden wir mal klären, wie man den Apfelessig einsetzt, auch wie man ihn nicht einsetzt, in welcher Dosierung man ihn einsetzen sollte. Sollte man ihn am Morgen nehmen, am Abend nehmen, nüchtern, pur, verdünnt? Dann auch welchen Apfelessig sollten Sie kaufen, auf was sollten Sie achten? Und vor allem auch die Frage, sollte man mit Natron den Apfelessig vermischen? Denn das ist jetzt mittlerweile wieder ein Trend im Internet und wir werden auch noch auf die Frage eingehen, kann man den Apfelessig äußerlich anwenden oder nicht? Und vor allem übersäuert man dadurch oder nicht? Nochmals, Apfelessig ist eine einfache und billige, sehr effektive Methode und es kann einige Symptome beziehungsweise Krankheiten verbessern. Ich konsumiere Apfelessig seit dem fünften Lebensjahr, habe es damals schon kennengelernt, weil mein Vater Imker war. Er hat immer Apfelessig in der Früh mit Honig vermischt und getrunken. Das ist ein ganz, ganz altes Imkergeheimnis. Und ich weiß noch, dass meine Oma mich immer ermahnt hat, weil ich so viel Essig genommen habe. Und sie hat mit strengem Zeigefinger immer gesagt, ein Tropfen Essig, drei Tropfen Blut. Und witzigerweise, mein Cousin, Arzt und Zahnarzt und wir, wir waren die beiden, die dann im Restaurant immer die Salatsauce ausgetrunken haben. Und wir hatten so medizinisch schon ein bisschen mehr Ahnung als die Oma. Wie entsteht Apfelessig? Ganz einfach, es entsteht durch einen Fermentationsprozess. Man lässt Apfelsaft einfach vergären sozusagen, man gibt Zucker hinzu. Dann kommt es über die Zwischenstation Apfelwein eben zum Apfelessig. Der Apfelessig hat die Essigsäure und er hat einige Mineralstoffe. Und was ich häufig schon gefragt wurde, geht denn nicht ein anderer Essig auch? Kann ich denn nicht anstelle des Apfelessigs dann einen Weinessig beispielsweise nehmen? Nein, das funktioniert nicht. Warum? Es geht vielmehr nicht darum, dass der Weinessig keine Essigsäure enthält, sondern er enthält dann noch viele andere Eigenschaften. Oder der Balsamico beispielsweise, einen höheren Zuckergehalt. Außerdem ist er ja aus Weintrauben oder Traubensaft gemacht. Und das ist im Prinzip die Erklärung dafür, dass andere Essigsorten nicht das können, was der Apfelessig im Prinzip kann. Und dann haben viele Menschen die große Sorge, soll ich überhaupt anfangen, Apfelessig einzunehmen? Denn dadurch übersäuert doch mein Körper. Und hier ist ein großer Mythos, denn die Hauptursache der Übersäuerung sind dann meistens zu viel tierische Eiweiße oder vor allem Entzündungsprozesse, freie Radikale. Das führt dann zur Übersäuerung. Wir haben Organe, die haben ein saures Milieu, die brauchen die Säure, die stellen die Säure her, wie beispielsweise der Magen oder auch die Haut. Dann gibt es Organe, die sind pH-neutral. Und dann gibt es Organe, die sind sogar basisch, produzieren basische Sekrete, wie die Bauchspeicheldrüse beispielsweise. Also wie gesagt, diese Säurebasenregulation ist komplexer, als man denkt. Und das ist eben einer der Vorteile von Apfelessig. Diese Säure, der Apfelessig hat ungefähr einen pH-Gehalt von 2 bis 3. Und der pH-Wert des Magens ist zwischen 1 und 2, also schon ziemlich sauer. Das bedeutet also, der Apfelessig kann hier Säure in den Magen hineinbringen. Und das wird von sehr, sehr vielen Menschen als sehr positiv und wohltuend empfunden, wenn sie eben Probleme haben mit der Verdauung. Denn unter dem richtigen pH-Milieu arbeiten die Verdauungsenzyme beispielsweise viel, viel besser. Das Zweite, was Apfelessig wirklich gut kann, ist, dass Apfelessig den Blutzuckerspiegel regulieren kann. Das bedeutet, wenn man also vor dem Essen einen Apfelessig zu sich nimmt, dann wird die Insulinausschüttung und damit auch eben der Blutzuckerspiegel reguliert. Und man hat eine deutlich niedrige Blutzuckerspitze, beispielsweise jetzt bei Obst, als wenn man den Apfelessig vorher nicht nehmen würde. Wir haben das in der Praxis übrigens schon überprüft mit einer dauerhaften Blutzuckersensorik. Man kann sich so einen Hautsensor auf die Haut kleben. Und wir haben einfach ausprobiert, mit gleichen Mahlzeiten funktioniert das mit dem Apfelessig oder funktioniert es? Ja, es funktioniert. Und es gibt auch schon x Studien dazu, dass das hier beispielsweise für die Diabetiker eine gute Möglichkeit ist, eben hier den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Die Frage ist also hier auch, wie sollte man den Apfelessig eigentlich einnehmen? Und es gibt im Internet immer wieder die Empfehlung, man sollte ihn nüchtern einnehmen, gleich am Morgen nüchtern. Und hier muss ich sagen, die Idee dahinter ist im Prinzip keine. Denn wenn ich doch den Apfelessig einsetze, möchte ich einen Effekt davon haben. Die beiden Haupteffekte ist erstmal die Verbesserung der Verdauung und diese Regulation des Blutzuckers. Das heißt, die Empfehlung ist hier, dass man vor dem Essen, unmittelbar vor dem Essen, diesen Apfelessig einnimmt, verdünnt beispielsweise. Außerdem kann er nüchtern dann auch noch Sodbrennen auslösen. Also Sie sollten, wenn Sie Apfelessig nehmen, den Apfelessig vor dem Essen nehmen. Eine Sache noch, wenn Sie unter einer Gastritis leiden, unter schwerem Sodbrennen oder so irgendetwas, seien Sie vorsichtig mit Apfelessig. Sprechen Sie das erst bitte mit Ihrem Arzt ab, ob es Ihrer Schleimhaut überhaupt gut tut. Also seien Sie nicht einfach euphorisch durch dieses Video und nehmen Sie Apfelessig, wenn Sie eine Magenerkrankung haben. Apfelessig kann übrigens auch den Blutdruck regulieren und zwar Apfelessig ist sehr kaliumreich und wir wissen, dass kaliumreiche Lebensmittel hier eine Blutdruckkontrolle machen können oder Blutdruckharmonisierung machen können. Dann habe ich schon erwähnt, dass Apfelessig dem Magen sehr helfen kann. Wir haben also ein Problem. Viele Menschen, wenn sie älter werden, verlieren dann die Produktion oder die Produktion von Magensäure wird schlechter. Gerade wenn Sie chronischen Stress haben, denken Sie an Antibiotikagaben, Schmerzmittelgaben und so weiter. Und wir haben ein Problem, dass dann die Säureblocker, die wir einnehmen, die Magensäureblocker, eigentlich das Problem verschlimmern. Dass wir uns zwar besser fühlen, weil die Säure wird nicht mehr produziert, aber eigentlich ist dann die Ursache von Magenschmerzen, Magenproblemen, schlechter Verdauung, Sodbrennen, häufig der Verlust oder der Mangel an Magensäure und wir nehmen über diesen Säureblocker noch mehr Magensäure weg. Das bedeutet hier auch wieder nicht, dass Sie jetzt hergehen sollen und Ihren Magenblocker aufhören sollen und durch Apfelessig ersetzen. Sprechen Sie das in diesem Punkt bitte mit dem Arzt ab. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach diesen Säureblocker unnötigerweise nehmen, weil er genau das Gegenteil praktisch therapiert von dem, was man eigentlich therapieren müsste, nämlich die Zugabe von Magensäure. Sie können auch Magensäure zugeben über Betain-HCl beispielsweise. Auch hier sollten Sie vorsichtig sein. Häufig sind die Tabletten 600 Milligramm. Ich persönlich gebe hier nur 100 Milligramm beispielsweise und gebe nur so eine kleine Menge an Säure. Und das ist auch der Vorteil vom Apfelessig, dass Sie hier eben mit den Verdünnungen spielen können und einfach ausprobieren können, wie viel tut mir denn hier einfach gut. So, dann Diabetiker und Blutzuckerkontrolle. Ich habe es gerade schon erwähnt, wenn Sie eben eine Mahlzeit zu sich nehmen und vorher Apfelessig genommen haben, dann steigt der Blutzuckerspiegel nicht so stark an. Sie fahren also nicht diese Blutzucker-Achterbahn. Sie haben einen wesentlich stabileren Blutzucker. Und das ist auch der Grund, warum Apfelessig dann häufig gehypt wird im Internet, dass man damit abnehmen kann. Reicht es also, wenn Sie Apfelessig nehmen, damit Sie dann abnehmen? Nein, das ist überhaupt nicht so. Sie müssen natürlich noch auf die Kalorien achten, auf das, was Sie essen und vor allem vielleicht auch Sport, Ernährung einbauen, damit Sie eben mehr verbrennen. Aber Apfelessig kann Ihnen hier definitiv helfen, dass Sie letzten Endes einen besseren Blutzucker haben und dass das Abnehmen dann auch leichter geht und das Abnehmen unterstützt. Wie sollte man Apfelessig jetzt eigentlich anwenden? Und die Empfehlung ist hier, dass Sie langsam starten. Wie schon gesagt, die Idee ist, dass Sie das vorm Essen tun und ich würde Ihnen vorschlagen, so ein Esslöffel Apfelessig vor dem Essen einzunehmen. Sie können sich auch ein Getränk machen, vier Esslöffel Apfelessig auf einen Liter und dann immer schluckweise davon trinken. Wichtig ist einfach auch zu beachten, dass Sie danach Wasser trinken, weil Apfelessig den Zahnschmelz angreifen kann. Und so wird immer wieder auch empfohlen, Apfelessig nur über einen Strohhalm zu sich zu nehmen. Wie gesagt, ich mache das seit meinem fünften Lebensjahr, mein Zahnschmelz ist völlig in Ordnung und ich trinke halt einfach nur einen Schluck Wasser hinterher. Zweite Sache natürlich auch, welchen Apfelessig sollten Sie nehmen? Natürlich einen aus kontrolliert biologischem Anbau. Das kann sich jeder leisten, denn der Apfelessig ist im Wesentlichen eines der billigsten Heilmittel. Eine Sache noch wichtig ist, wenn andere Substanzen, wie beispielsweise jetzt ein Kräuterauszug oder so irgendetwas noch im Apfelessig ist, dann dürfte man früher im Lebensmittelrecht draufschreiben, Apfelessig aus kontrolliert biologischem Anbau und Kräuterauszug beispielsweise. Und mittlerweile gibt es das nicht mehr. Das heißt, es gibt also viele, viele Apfelessige, die eigentlich Bio sind, aber wenn sie noch etwas enthalten, dann steht nicht mehr Bio drauf. Also das sollte man auch wissen. Was auch manche Firmen draufschreiben ist, enthält die Essigmutter. Das kennen Sie vielleicht, das sind diese Schlieren dann unten am Boden. Ist das ein besonderes Qualitätsmerkmal? Naja, Sie müssen nicht unbedingt einen Apfelessig kaufen, wo die Essigmutter enthalten ist. In meinem Apfelessig beispielsweise, in meinem Kräuterapfelessig, ist sie auch nicht enthalten. Ich finde, die Essigmutter, es ist, ja, weiß nicht, es trübt dann alles und das ist so ein bisschen ein Schleim. Es ist eigentlich nur Zellulose und diese Zellulose ist dann noch verbunden mit Essigbakterien. Man kann übrigens auch diese Essigmutter aus diesem Satz unten wieder Apfelessig herstellen, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass Sie ein Apfelessig kaufen, wo die Essigmutter dann enthalten ist. Und dann finden Sie noch momentan einen Trend im Internet und dort wird Apfelessig mit Natron vermischt, mit Kaisernatron beispielsweise, mit Natriumhydrogencarbonat. Und ist das empfehlenswert oder nicht? Viele Leute denken, wenn sie den Apfelessig nicht gut vertragen, dass sie dann, wenn sie eine Basis zur Säure geben, dass sie das dann abpuffern können und dass sie dann die gleichen Effekte haben. Das ist nicht der Fall. Es entsteht zwar Natriumacetat und man verliert letzten Endes einen der großen Benefits des Apfelessigs, das ist die Verdauungsunterstützung und ja, die fußt eben einfach auf diesen pH-Wert. Also es ist im Prinzip nicht empfehlenswert, das zu tun. Man kann es machen, aber erwarten Sie dann einfach halt ein geringeres Wirkungsspektrum vom Apfelessig. Kann man Apfelessig äußerlich anwenden? Definitiv. In jeder guten Imkerei, so wie damals auch bei uns, stand immer eine Flasche Apfelessig rum und mein Papa, der war also einer der Imker, der mit nacktem Oberkörper und kurzer Hose an den Bienenstand gegangen ist. Ich kann es aus beruflichen Gründen nicht machen, wenn mir das Auge zuschwillt oder irgendwie die Hände, dann kann ich nichts mehr tasten in meinem ärztlichen Beruf. Aber mein Papa hat sich dann immer mit Apfelessig abgerieben und viele Imker tun das. Sie schwören darauf, warum? Weil Apfelessig hier den Juckreiz bei Insektenstichen abmildern kann. Außerdem kann Apfelessig bis zu einem bestimmten Maß auch desinfizieren und Wunden reinigen. Allerdings muss man wissen, es ist eine schwache Desinfektion und bei den Wunden, die können dann eher gereizt werden durch den Apfelessig. Also hier sollten Sie ein Desinfektionsmittel nehmen. Und dann finden Sie noch die Haarspülung oder die Anwendung bei Schuppen. Auch hier gibt es sehr, sehr gute Rückmeldungen zum Apfelessig. Und nicht zuletzt auch noch kann man Fußbäder mit Apfelessig machen. Es reguliert dann dieser Apfelessig, diese Säure. Die reguliert dann auch den pH-Wert und beispielsweise sorgt sie dann dafür, dass sich Pilze oder so nicht so leicht ansiedeln können. Bitte beachten Sie noch, die Todesursache Nummer 1 sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und der Zucker, der zu viele Zucker, den wir zu uns nehmen, der spielt hier einfach rein. Das heißt, wenn Sie hier Apfelessig dazu einsetzen, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu hoch geht, beziehungsweise wenn Sie auf Zucker verzichten, dann denke ich, haben Sie hier schon einen sehr, sehr guten Benefit vom Apfelessig. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, teilen Sie es bitte, schicken Sie es an Ihre Freunde, kommentieren Sie, was Apfelessig für sich gemacht hat. Und dann könnten Sie sich noch mal ein ganz ausführliches Video zum Thema Apfelessig anschauen, wenn Sie das Thema interessiert. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!